Ja, er wurde gekauft. Der Zappelfisch. Eigentlich eine schöne Sache, aber für mich das Innenleben nicht so fein, weil Katzen, wenn sie den Fisch zerpflücken, an diesen Schaum kommen, dieses und fressen. Was natürlich Kunststoff ist. Ich würde es ersetzen mit etwas anderem. Beispiel Wolle oder so etwas. Das ist verfolgt über USB. Aktiviert wird dieser Fisch mit diesem kleinen Schalter. Nach dem Herausziehen des USB-Steckers und der Schließung des Reißverschlusses kann man es den Katzen übergeben. Hallo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.